wie ich auf einmal gut dastehe, sexy bin, wenn auch zahnlos, aber sexy, absolut sexy, umwerfend sexy und vor allen Dingen ein Statement, ein verändertes Erscheinungsbild im Sinne von Statement. Er steht wieder, zumindest er steht wieder und letztendlich weiß ich nur, dass ich ich selbst und auch das an El Matino, schönen Dank für die Hinweise, nichtsdestotrotz schuldet ihr mir mehr als das, was kommt. Das ist und bleibt die Wahrheit und trotzdem sage ich danke für den Arschtritt, weil der ist angebracht und das zeigt mir auch, dass zum Beispiel eben El Matino auch ihr Statement hat, dass sie sich vor mich hinstellt quasi und sagt, ey, du Lappen, guck dich mal an, was ist denn los? Ja, und das hilft und darum geht es und da sage ich danke. Genau das ist Hilfe, jemanden zu sagen, nur mal so.